dieser mercedes benz c 220 steht hier zum verkauf der silberne kombi hat fünf türen und bietet fünf sitzplätze der kilometerstand des wagens liegt bei weniger als 45.000 kilometern die erstanmeldung war mittel 2011 der kombi bietet zahlreiche ausstattungsdetails wie esp isofix kindersitz befestigung partikelfilter einparkhilfe bluetooth und vieles mehr unter der haube gibt der sparsame diesel eine leistung von 170 ps an ein automatikgetriebe ab der angegebene verbrauch liegt bei nur 5,1 litern pro 100 kilometer kontaktieren sie uns wir informieren sie gerne mehr musik